Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Wie ihr seht, ich bin jetzt in meinem Schlafzimmer und unser nächster Babystep ist so einfach, nämlich das Bett zu machen. Also aufstehen, Bett machen. Krimskrams, der drumherum liegt, aus dem Weg räumen. In diesem Fall muss ich sogar das Bett von meinem Mann machen, weil es nicht mehr geschafft hatte. Er hatte Frühschicht, aber das ist wirklich ein Aufwand von keiner Minute und es sieht schon mal viel, viel schöner aus, sobald man wieder ins Schlafzimmer kommt. Das war es hier eigentlich auch schon. Ich räume jetzt nur noch die Sachen von der Kommode weg. Hier zum Beispiel etwas von meiner Tochter und meine Tochter liebt es, auf meinem Platz zu sein und hinterlässt dann gerne sowas wie da. Und dann schaue ich gleich noch mal, was noch alles da ist, was weg gehört und dann sehe ich, sie hat etwas getrunken und leider läuft es aus. Das ist halt so mit Kindern. So, das ist auch schon der nächste Babystep. Also kein großer Akt. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Würde mich noch mehr freuen, wenn du den Daumen nach oben drückst und bei dem nächsten Video wieder reinschaltest. Vielen Dank und viel Spaß noch. Tschüssi!